Wir werden uns das neue Rathaus anschauen, weitere Update-Infos und vieles mehr. Und so wird dann ein Max Rathaus Level 15 aussehen. Und zwar werden mit diesem Update die Kosten und auch die Dauer für Upgrades wieder deutlich reduziert, um eben so leichter Rathaus 15 natürlich erreichen zu können. Als Beispiel, wenn wir jetzt hier auf Rathaus Level 11 upgraden wollen, zahlen wir statt 5,5 Millionen Gold nur noch 4 Millionen Rathaus 15 gegen Barbaren. So, hier schön einmal außenrum spammen das Rathaus. Wird jetzt hier einmal aktiviert und wir sehen, so sieht das Ganze einfach aus. Es kommen Laserstrahlen raus, 10 Sekunden braucht das neue Rathaus mit 30 Barbaren. Das ist eine Ansage. Folgt mir gerne für mehr Videos.